Der Tagesordnungspunkt ist der Punkt Informationen des Vorsitzenden. Der Wahlleiter beauftragt mich, Ihnen mitzuteilen, sodass wir es jetzt feststellen. Frau Karin Demann hat ihr Mandat aufgegeben und es rückt nach, Herr Lars Lorenzen. Herr Lars Lorenzen hat sein Mandat angenommen und ist damit ab sofort vollberechtigtes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Fürstenwelle mit allen Rechten und Pflichten. Über Letztere wird sie ihr Fraktionsvorsitz aufklären. Entschuldigung, ich sehe hier nur eine alte Liste. Ich würde gerne das nochmal neu machen wollen. Nein, die Liste ist da, Herr Lorenzen. Ja, aber ich habe doch gar nicht abgestimmt. Vielleicht müssen wir mit der Technik nochmal klarkommen, oder wie? Herr Lorenzen, Sie haben nicht mit abgestimmt? Nein. Während Sie vor Abbruch der Debatte? Ja. Gut. Frau Fiedler? Dann wie viele Hände darf er nur noch heben? Ja, also ich hätte eine Verständnisfrage. Entschuldigung, hier passt irgendwas nicht, Frau Fiedler. Herr Lorenzen, es geht nicht um eine Diskussion, es geht um eine Gegenrede. Haben Sie eine Gegenrede zu diesem Antrag? Nein, zu dem Antrag nicht, aber zu der Sache, die Herr Bürgermeister gerade gesagt hat. Weil er wirbt ja dafür. Ich kann Sie jetzt hier nicht zulassen. Wir sind in der Antragsabstimmung. Es ist eine Gegenrede. Frau Fiedler, wenn Sie nicht in der Lage sind, das zu machen, dann lassen Sie es sein. Dann wird das hier nichts. Wir haben doch Schluss der Debatte, Herr Lorenzen. Herr Sachse, irrelevanz. Eine Verständnisfrage, bitte. Ich bin heute im falschen Film, oder wie? Herr Lorenzen, lesen Sie sich bitte unsere Geschäftsordnung durch. Vielleicht wird Ihnen dann einiges klarer. Frau Fiedler, aber wenn oben die linke Hand hängt, dann heißt das, ich möchte was sagen. Das haben Sie vorhin schon vergessen oder nicht mitbekommen oder wie auch immer. Herr Lorenzen, Sie haben zu diesem Tagesordnungspunkt bereits dreimal Rederecht und wir haben über den Schluss der Debatte abgestimmt. Wann denn? Jetzt einfach darüber. Jetzt gerade eben Schluss. Herr Hahn, Sie haben eine Verständnisfrage. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Die Verständnisfrage habe ich auch. Und zwar bei dem Geschäftsordnungsantrag Ende der Debatte. Es ist jetzt dreiviertel Zwölf. Der Tagesordnungspunkt haben wir schon geschlossen ist. Ich bitte darum, dass Herr Aulig seine Uhr auf Winterzeit umstellt. Hey, Herr Sjö, hallo. Herr Aulig spricht und sonst keiner. Und das wäre, möchte ich Sie bitten, dass Sie Herrn Lorenzen sagen, wenn einer redet, dass er sich an unsere Geschäftsordnung doch hält. Ich bin schon recht verwundert über den einen oder anderen Redebeitrag hier an der Stelle. Dem einzigen, dem ich das nachsehe, ist dem Herr Lorenz, der ja noch nicht so lange dabei ist. Dementsprechend kann er auch nicht wissen, an welchen Stellen über was informiert wurde. Herr Hamacher, Lorenzen, danke. Herr Vorsitzender, könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass Ihr Fraktionskollege sich einfach mal hier an unsere Geschäftsordnung hält und nicht in einer Tour ununterbrochen gegen diese verstößt? Ich würde mal sagen, da wäre einfach mal eine förmliche Rüge an der Stelle fällig. Oder haben Sie Ihre Sitzung nicht im Griff? Natürlich, Kai, wenn noch einer meinen Namen aussprechen kann. Ansonsten mit dazwischen. Herr Koch, darf ich? Auch in Ordnung, Herr Lorenzen, Sie sind in Ordnung. Ich möchte gerne. Herr Sachsen, dann gibt es Wortmeldungen. Herr Lorenzen hat sich gemeldet. Ja, ich möchte schon dabei bleiben, dass wir beim richtigen Namen genannt werden. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert, wie Herr Schäpe redet, wie Frau Beermann redet. Also ganz, ganz schlimm. Herr Schäpe, ich möchte gerne, den Sie am 1. Februar gefasst haben. Den gibt es nämlich nicht. Und deshalb bin ich so ganz, ganz toll erschüttert. Es gibt hier wohl immer einen Beschluss, der im Raum steht. Und den kann mir keiner zeigen. Aber es gibt halt keinen Beschluss. Es gibt eine Empfehlung. Nein, es gibt einen Beschluss, Herr Lorenzen. Nein, es gibt keinen Beschluss, Herr Schäpe. Aber wenn es den gibt, ich freue mich schon darauf, morgen den nicht zu bekommen. Also ich möchte gerne den Beschluss per E-Mail haben und die E-Mail-Adresse ist hinweg bekannt. Und ich freue mich heute schon, den nicht zu bekommen, weil es gab ja keinen Beschluss. Es gab eine Empfehlung, das haben wir auch alle festgestellt. Ja, ich hatte mich jetzt noch mal zu Wort gemeldet nach dem Beitrag von Herrn Lorenzen. Also sowas Populistisches hätte ich jetzt wirklich, also man kennt ihn ja von Facebook, aber das ist ja purer Populismus gewesen. Also zentraler Satz, wir sind für die Bevölkerung da, nicht für die Investoren. Von jemandem, der in der CDU ist. Also tut mir leid, das ist in meinen Augen völlig unglaubhaft. Bürgerbeteiligung ist elementar. Ja, aber worüber denn? Das wurde ja auch schon mehrfach gesagt. Und Herr Lorenzen, wenn Sie sich wirklich für die Schwimmhalle interessiert hätten, dann hätten Sie nicht nur die Debatten in der Stadtverordnetenversammlung sich zeigen lassen, sondern dann hätten Sie auch zum Beispiel an dem Parteistammtschiff-Spezial unseres Ortsverbandes sich beteiligt, zugeguckt am 26. Januar. Und dann wären viele Fragen beantwortet gewesen für Sie. Da war der Bürgermeister mit dabei und hat in aller Ausführlichkeit zu vielen, vielen Sachen geredet. Also tut mir leid, einfach nur in meinen Augen Populismus und echt unglaubhaft. Fünf, Neubesetzung eines Aufsichtsrates in der Bürgerhaus Fürstenweilerhof Kultur- und Freizeit-DmbH. Die CDU bittet um Abberufung von Karin Lehmann und Neubberufung von Lars Lorenzen. Gibt es dazu Bemerkungen? Dann haben wir 11 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Da wir einen gemeinsamen Beschluss hatten, sowohl Abberufung und Berufung in einem Punkt, ist Frau Lehmann jetzt nicht abberufen und Herr Lorenzen nicht berufen. So, nachdem man das Dorf- und Bethlehem ein, das war die Verwärtsung. So, nervös, heißt er. So, dass wir so, wie wir uns noch alles in dercke, Wasser, an das die Verwärtsung, können wir uns nur noch erleben. Aber noch nicht, wir noch nicht. So, das war alles. Wir haben uns vor allem.